in den Moment die Mediklinien mit ich hab drei Medikillers ich hab drei Kielers ich hab noch immer keinen blauen Plan ja ich weiß ja komm ich nehme ich nehme ich nehme lieber die Medikillers Medikillers mit anstatt äh hab du mit boah ich traf mit nichts aber wir müssen in die Zone, fuck einen hier fast down ja komm erstmal Zone Robin stark bei mir in der Zone ist hier noch einer aber der hat einen 60er Headshot habe ihn stark ich weiß wo bin ich halt hier ist das hier die äh ich bin full mit Metz äh aber die Heavy nehme ich guck die Pan ich hab drei Medikillers ja ich hab auch drei Mädels wie ich ihm 60er Headshot gibt und er kommt mich pushen los ne wir müssen unbedingt nach vorne ja ja ok soll ich play von mir aus ja wo fliegen wir hin die Zone äh lass mal Richtung Pleasant bisschen du schwirrst bei mir grad in der Luft ist doch gut ist gut für die Beine hä hä seit wann ist die Toilette hier lol welche Toilette ich hab acht äh acht Jumpies auf jeden Fall das müsste reichen ja gib mir mal ein oder zwei ich hab eins Loot Drop da wird wer hingehen den können wir abfangen ja lass die abfangen abfangen ja hast du full Holz alles oder wenn nicht dumm ich hab alles voll äh außer Metall gerade weil ich Metall schon bisschen gejuselt habe ja ich hab jetzt auch wieder alles full hallo gern gefliehen gern gefliehen ja da sind Gegner beim Loot Drop lass Pressure machen oder? hab nicht gefliehen einer hat acht und fand ich ja äh hab einen noch einer noch okay gut müssen hin OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH wie ich hier den abgestaubt hab aber der alter Schotten Oh mein Gott 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 oh mein Gott